Ein guter Freund von mir, der ist Solotrompeter in Hof, hat es mir empfohlen und ich fand seine Vorschritte wahnsinnig, was er da geschafft hat und vom Neugier dachte ich, das will ich auch wissen. Der mentale Einfluss dieser Methode ist enorm für mich, und zwar erstens auf der Ebene des Bewussten. Ich weiß jetzt einfach, wie das funktioniert, wie die einzelnen Kräfte verteilt sind, wie sie zusammenwirken und wie im Idealfall das Spielen auf der Posaune funktioniert und sich dann auch gut anfühlt. Die zweite Ebene, und das ist vielleicht sogar noch die wichtigere, ist das, was sich im Unterbewusstsein abspielt. Dadurch, dass ich jetzt weiß, ich habe das über eine lange Zeit gemacht, ich habe meinen Körper trainiert, ich habe ihn konditioniert, damit er richtig Abläufe lernt und sich daran gewöhnt, weiß ich, dass ich mich auch auf meinen Körper verlassen kann, wenn ich nicht aktiv daran denke, wie oder was ich jetzt machen muss. Die Kollegen haben mich, glaube ich, zuerst für verrückt gehalten, dass ich mit dem Didgeridoo da irgendwie rumballe und in dem Spiegel komische Dinge mache, aber irgendwann haben die es halt auch gemerkt, dass das wirklich noch besser geht wie vorher und ich einfach liefern kann. Vor allem beim hohen Druck oder Stress, wenn die Hose wirklich voll ist, man auf die wenigen Sachen sich konzentriert und das wird schon funktionieren. Das ist der Wahnsinn. Ich kann die Methode eigentlich jedem Blechbläser empfehlen, egal auf welchem Niveau er spielt, weil man kann immer nur davon profitieren, wenn man seinen Körper besser unter Kontrolle bekommt, wenn man die Abläufe versteht, wenn man weiß, wie das Ganze funktioniert. Nachdem ich dann mich sehr intensiv und auch lange damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass dieser alte Zustand, den ich von früher kannte, dass der wieder da ist, dass ich wieder viel freier spielen kann, dass es viel müheloser geht das Spielen und vor allem, dass ich mich klanglich auch wieder wohlfühle. Die Methode würde ich wirklich jedem empfehlen, der ein bisschen Interesse hat, ein klein wenig besser zu werden auf seinem Instrument, weil da sind die Möglichkeiten wirklich unbegrenzt. Spielen 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 Vielen Dank.